Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video gibt es mal kein Fortnite, sondern wir werden uns in diesem Video mit dem Bitcoin Mining beschäftigen. Das ist eine Möglichkeit, wie man kostenlos oder zumindest relativ kostenlos Geld verdienen kann, ohne dass man wirklich viel dafür machen muss. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und wenn natürlich in Zukunft keine weiteren solcher Videos mehr verpassen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Außerdem schreibt mir gerne mal Feedback zu solchen Videos in die Kommentare und schaut natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. In diesem Video werde ich euch jetzt nicht zeigen, was genau die Hintergründe sind, wie das funktioniert mit dem Bitcoin Mining, sondern ich werde euch nur zeigen, wie man das Geld am Ende bekommen kann, also wie man das sozusagen schürfen kann. Aber ich werde euch jetzt nicht die genauen technischen Hintergründe dazu zeigen. Das ist ja viel zu aufwendig für so ein Video und das habe ich selber auch noch nicht ganz verstanden. Als Kurzfassung funktioniert aber Bitcoin im Prinzip so ein bisschen wie so eine virtuelle Bank und man bietet sozusagen mit seinem eigenen PC Rechenleistung an, die dann im Prinzip diese virtuelle Bank nutzen kann, also die ganzen Services, die über Bitcoin dann die ganzen Abrechnungen gemacht werden. Die benutzt dann sozusagen eure Rechenpower von eurem PC und dafür bekommt ihr sozusagen als Bezahlung etwas Geld, das ihr eben halt eure Maschinen dafür bereitstellt. Und dadurch könnt ihr am Ende kostenlos Geld bekommen. Natürlich ein bisschen mehr Stromkosten hat man am Ende, wodurch man natürlich nicht ganz so extrem viel Geld bekommt. Aber man bekommt insgesamt oder zur Zeit bekommt man auf jeden Fall definitiv einen Plus daraus und deshalb würde es sich auf jeden Fall lohnen, das Ganze zu machen, weil wozu sollte man nicht den einen oder anderen Cent oder den einen oder anderen Euro nicht einfach kostenlos mitnehmen. Da ist natürlich aber dann am Ende auch die Rechenleistung von eurem PC benutzt, könnt ihr natürlich auch nicht so viele andere Sachen machen. Es eignet sich zum Beispiel echt gut daneben, weil im Browser zu sein, wenn man zum Beispiel Videokonferenzen hat, kann man das perfekt nebenbei machen. Man wird, solange man immer nicht auf einem kompletten Shit-PC ist, noch relativ gute Performance haben. Ansonsten, wenn man natürlich Game will, dann sollte man das nicht nebenbei laufen lassen. Aber ich sage mal so, den ganzen Vormittag, wo man sowieso Videokonferenzen und Schule hat, kann man das locker anmachen. Oder auch, wenn man beispielsweise seinen PC in einem anderen Raum stehen hat, nicht in seinem Schlafzimmer stehen hat, dann kann man das Ganze natürlich auch über Nacht anlassen. Am effektivsten ist aber wirklich, wenn man den PC sowieso schon anhat und das dann nochmal zusätzlich anmacht, da man dann nicht so viel mehr Stromverbrauch hat, weil man natürlich den PC, also diesen Grundstromverbrauch von PCs oder so hat, wie zum Beispiel für die ganzen RGB-LEDs, die verbrauchen, egal ob der PC jetzt viel beansprucht wird oder wenig beansprucht wird, sowieso Stromleistung. Und deshalb kann man das immer dann am besten machen, wenn man sowieso schon diese Grundleistung verbraucht und wenn man das dann immer nicht nochmal zusätzlich machen muss. Das Ganze ist natürlich ein bisschen aufs eigene Risiko. Es ist aber eigentlich relativ safe. Also ich hatte noch von keinen Fällen gehört, wo man dadurch irgendwie Probleme mit seinem PC oder so hatte. Also es müsste auf jeden Fall funktionieren, aber es ist eben halt auch ein gewisses Risiko damit verbunden. Das heißt, macht es nur, wenn ihr es auch wirklich machen wollt. Aber ansonsten ist das Ganze relativ leicht. Dafür müsst ihr einmal hier auf die Website von NiceHash gehen. Es gibt auch andere Anbieter, wie man das Ganze machen kann, aber NiceHash ist auf jeden Fall der sicherste und vor allem beliebteste. Und deshalb werde ich euch das Ganze hier mit zeigen. Und dafür müsst ihr einmal aufs Downloadcenter hier gehen. Das könnt ihr ganz einfach über die NiceHash-Website finden. Und dann müsste ich hier einmal den NiceHash-Miner runterladen. Das Ganze habe ich jetzt schon runtergeladen. Ihr müsst dann einfach einmal den NiceHash-Miner auswählen. Dann das Ganze natürlich einmal installieren. Also einmal den ganzen Installationsprozess fertigstellen. Und das Ganze werde ich jetzt natürlich nicht nochmal machen. Und wenn ihr das Ganze gestartet habt, dann sieht das ungefähr so aus. Und dann müsst ihr euch nur noch einmal anmelden. Ich bin jetzt natürlich auch bei mir schon mal angemeldet. Da könnt ihr euch ganz einfach mit Google oder so einloggen, einen Account einfach machen, worauf dann sozusagen eure Bitcoins gespeichert werden. Wenn ihr das das erste Mal macht und jetzt auf Start Mining klickt, wird erstmal euer PC gebenchmarkt. Das heißt, das Programm schaut, mit welchen unterschiedlichen Bitcoin-Mining-Systemen, Algorithmen das am besten mit eurem PC funktioniert, wodurch ihr dann das meiste Geld rausholen könnt. Und deshalb benchmarkt das erstmal so für ungefähr 10 Minuten durch. Und danach beginnt dann erst das richtige Mining. Das heißt, wundert euch nicht, dass ihr nicht direkt schon am Anfang das mit Mining startet. Und wenn ihr aber dann mit dem Benchmark durch seid, und das eben mal wieder stoppen solltet, dann wird euer Fenster genauso wie hier aussehen. Dann müsstet ihr nur noch einmal auf Start Mining klicken. Und dann beginnt das Ganze schon. Hier werden sich so Fenster öffnen. Das sind im Prinzip die Programmfenster, wo das Mining ausgeführt wird. Also wundert euch nicht, hier über diese etwas suspekte Benutzeroberfläche oder so. Da haben die sich einfach keine Mühe gemacht, noch extra Fenster zu machen, weil man halt nicht extra Leistung einfach dafür brauchen will, dass man jetzt eben halt hier eine grafische Oberfläche oder so hat, weil man hier drin eben halt genauso alles sehen kann. Ich habe hier jetzt auch zwei unterschiedliche Fenster. Normalerweise hat man nämlich nur ein einziges Fenster, aber ich habe auch CPU-Mining aktiviert. Das ist im Prinzip auf der Grafikkarte hier alles und das ist auf meiner CPU. Und das kann man einstellen, indem man hier einmal auf Devices klickt und dann hier seine CPU auch enabelt. Die ist nämlich normalerweise so ausgeschaltet. Da müsst ihr einfach einmal raufklicken, dann wird ihr angemacht und wird natürlich am Anfang auch erstmal ebenfalls ein Benchmark machen. Hier müsst ihr noch notfalls einmal aufs grüne Zeichen klicken, damit das auch wirklich gestartet wird. Und dann könnt ihr hier sehen, wie viele von euren Geräten eben halt meint. Hier unten könnt ihr dann sehen, wie viele Bitcoins das Ganze pro 24 Stunden macht. Hier könnt ihr dann eure Auslastung sehen, so etwas wie Fans, Speed und Temperaturen und alles Weitere. Und hier oben seht ihr, wie viel Geld ihr daraus dann in einem Tag macht. Bei mir wären das jetzt zum Beispiel 2,77 Euro. Ich habe aber nebenbei natürlich OBS offen. Ansonsten wäre es eher so Richtung 4 Euro, die ich machen würde. Und es wird dann immer alle paar Minuten hier auf das Unpaid Balance Konto etwas sozusagen aufaddiert und dann sammeln sich da so langsam die Cents zusammen. Und alle 4 Stunden wird dann dieser Betrag, der hier ist, auf euer richtiges Konto überwiesen und dann habt ihr sozusagen erst die Bitcoins. Um die zu sehen, müsst ihr einmal hier auf View Stats online gehen und dann werdet ihr hier auf dieses Fenster weitergeleitet. Ihr müsst euch beim ersten Mal hier auch wieder anmelden. Und dieses Bitcoin Wallet sieht dann ungefähr so hier aus. Ich habe zum Beispiel schon 0,00002273 Bitcoins gefarmt. Das Ganze irgendwie jetzt im Tag oder so. Das entspricht 91 Cent dafür, dass ich im Prinzip wirklich gar nichts gemacht habe, was auf jeden Fall sehr, sehr nice ist. Das Ganze könnt ihr, wie gesagt, einfach dauerhaft laufen lassen. Also wenn ihr eben halt dann irgendwie zocken wollt, dann könnt ihr ganz einfach hier wieder im Dashboard auf das Zeichen hier klicken. Dann wird das Ganze ausgemacht. Und wenn ihr dann eben halt wieder eure Rechenleistung dafür nicht benötigt, irgendwie Spiele zu spielen oder so, könnt ihr das Ganze einfach wieder anmachen und farmt damit eben halt so langsam die ganzen Bitcoins zusammen. Und so könnt ihr dann eben halt mit der Zeit immer mehr Geld zusammensammeln. Man führt wahrscheinlich an so einem normalen Tag. Also wenn man das jetzt nur so einen Vormittag laufen lässt, dann wird man wahrscheinlich nur so 50 Cent vielleicht einen Euro machen können. Was aber trotzdem immer nicht schlecht ist dafür, dass man im Prinzip nicht wirklich was dafür machen muss. Ihr könnt das Ganze aber auch noch etwas optimieren. Und zwar, wenn ihr euch etwas mit den Softwares von zum Beispiel eurer Graphic-Karte auskennt, was zum Beispiel bei mir das Expert-Tool wäre von MSI, gibt es zum Beispiel den MSI Afterburner. Da müsst ihr am besten mal auf der Website von eurem Graphic-Kartenhersteller schauen. Da könnt ihr auch noch die eine oder andere Sache optimieren. Und zwar könnt ihr als erstes das GPU-Voltage-Offset auf maximales, auf die 100% stellen, ist meistens das Maximum. Genauso Power-Target aufs Maximum. Und auch das GPU-Temperature-Target könnt ihr auch aufs Maximale stellen. Und dadurch holt ihr nochmal die maximale Leistung raus. Zusätzlich könnt ihr auch noch etwas an der Lüfterkurve einstellen. Denn umso kühler eure Graphic-Karte läuft, zum einen desto mehr Leistung kann ich sozusagen bereitstellen. Und zum anderen wird ihr auch weniger Strom verbrauchen, wenn die weniger, wenn die etwas kühler ist. Dadurch, dass dann die ganzen Prozesse etwas effektiver ablaufen. Das heißt, dadurch werdet ihr am Ende auch ein paar Stromkosten einsparen. Und deshalb empfiehlt sich zum Beispiel auch einfach hier die Lüftergeschwindigkeit aufs Maximale zu stellen. Das sieht in jeder Software etwas anders aus. Natürlich würde dadurch euer PC etwas lauter werden. Aber ihr bekommt immer gleichzeitig auch etwas mehr Leistung. Also muss man schauen, wie es einem eben wert ist, das Ganze zu machen. Da ihr aber hier nur Bitcoins bekommt, ist der Betrag, den ihr an Euro daraus erhält, eben halt abhängig davon, wie der Bitcoin-Kurs zurzeit ist. Das heißt, es könnte zum Beispiel auch etwas ganz anderes sein, was hier der Euro-Betrag ist. Und 0,00003408 Bitcoins, die ich jetzt zum Beispiel drauf habe, das ist im Prinzip nicht wirklich viel. Aber wenn man das eben halt dann mit dem derzeitigen Kurs von Bitcoin sieht, dann ist es schon wieder etwas ganz anderes. Und ich glaube, der wird sogar in Zukunft immer noch weiter steigen. Dafür könnte ich hier oben einmal auf Exchange klicken und dann die Trade View anmachen. Und dadurch seht ihr einmal dieses Fenster. Und zum Beispiel war Bitcoin gerade mal am 27. Januar jetzt diesen Jahres auf 31.000 Euro pro Bitcoin. Und mittlerweile sind wir schon bei fast 50.000 Euro pro Bitcoin. Das heißt, fast das Doppelte. So hätte man zum Beispiel dann vor einem Monat damit gerade mal 70 Cent irgendwie bekommen. Und wenn das eben mal so weiter in Zukunft steigt, auf 100.000 Euro, vielleicht sogar für einen Bitcoin aufsteigt, dann würde man dadurch zum Beispiel schon 3 Euro bekommen. Und das wäre natürlich extrem krass. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall jetzt schon anzufangen. Denn wenn der Betrag dann natürlich erstmal so hoch ist, dann könnt ihr eben da genau direkt auszahlen, wenn ihr schon richtig viele Bitcoins gesammelt habt. Und bekommt dadurch natürlich das maximale Geld raus. Wenn es irgendwann wieder etwas droppen sollte vom Bitcoin-Preis her, dann wird sich das Ganze nicht mehr so sehr lohnen, weil dann eben mal die Stromkosten irgendwann höher sind, als das, was ihr am Ende davon rausbekommt. Aber solange die Bitcoin eben mal etwas höher sind, als die Stromkosten, lohnt es sich eigentlich in jedem Fall, weil ihr dann zumindest die Stromkosten zurückbekommt von eurem PC. Und das ist eben halt schon mal generell überhaupt nicht schlecht. Das war es dann soweit auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Und dann bis zum nächsten Video oder bis nachher zum Stream. Ciao.